Auf die Plattform komme ich nicht. Jetzt geht es hier irgendwo runter. Irgendwo? Nein, sorry. Und dann bin ich wieder hier. Ich könnte höchstens, wenn nicht. Ja, ich habe noch eine Idee, womit die nicht funktioniert. Hier irgendwo während des Farms. Moment, jetzt bin ich ja... Die blicken mir gar nicht hoch genug, dass ich da drüberspringen könnte. Ich glaube man kann auch wieder, bin aber nicht sicher. Aber wie soll ich denn auf die kommen? Weil es gibt ja kein Ding, dass ich mich nach oben schieße. Es gibt auch keine Verbindung, außer die eine da. Aber... Da rutsche ich ja nicht hoch. Ja, da komme ich ja nicht rüber. Das ist auch die falsche. Ja, sorry. Ich müsste ja dann von oben höchstens irgendwo runter springen. So, das bringt mich... Wo bringt mich das denn jetzt hin? Also, ich weiß... Hm... Runterspringen könnte man noch versuchen. Dann... Machen wir auch schon die Ideen aus. Die eine war kaputt, deswegen ja... Kann man da vielleicht runterspringen? So... Jetzt bohren wir mit einem Apfel. Das ist auch... Das war glaube ich hier, ne? Oder wo war das? Ich kann nur die leider nicht runterspringen. Die da hinten führt ja nur wieder nach da... Moment... Wächst sie vielleicht nach, wenn ich drauf schlage? Nein... Hm... Wenn wir nämlich an, ich komme da nicht hin? Oder... Ich übersehe irgendwas. Oder beides. Ich übersehe, dass ich da nicht hinkomme. Was war denn hier links? Na, da bin ich nicht lange hin. Ich bin direkt rechts. Deswegen gehen wir jetzt nur nach links. Gucken wir mal. Haben wir da noch ganz so einen kleinen Scheiß. Da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt wieder. Da bin ich jetzt wieder. Also wenn, dann... Keine Ahnung. Anzeige hat man nicht, ne? Hm. Ich nehme mal an, man kommt da nicht hin. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Gehen wir erstmal in die Schmiede. Hier wird was geschmiedet. Finde ich gut. Ach, tolle. Hallo, ich brauche eine größere Axt. Kannst du mir da was schmieden? Ah, den Sprung schaffe ich, komm. Doch da bin ich raus. Und dann... Weiß ich nicht, wie ich um mich gelaufen bin. Ach, ich bin das Tier. Okay. Oh Junge. Bin das Gegner? Oder... Ich tue ihnen einfach mal nix. Vielleicht tun sie mir dann auch nix. Also jetzt verstehe ich, das ist hier oben. Das haben wir da unten noch so. ... ... Ich habe ja noch ein F gefunden. F für voll Kacke. Moment, was? Tote Kürbisse, fliehende Zwerge nehme ich an. Ich weiß nicht warum die von mir weglaufen, ich bin eine ganz normale Frau mit einer riesigen Axt. Ich begegne ständig auf der Straße, weiß ich warum da Angst haben sollte. Ich trau mich immer nicht die Frau mit einer riesigen Axt anzusprechen, aber sonst sind die ganz okay glaube ich. Ah, ich verstehe. Hast du vier Punkte bekommst du was. Hast aber nur einen. Durchgefallen. Das ist absolut richtig. Vielleicht ist das auch einfach mein... Sind das Haare? Ja, ich glaube schon, dass die aus dem Helm kommen. Entweder das oder ich habe einen sehr merkwürdigen Bart. Ich weiß nicht warum... Oh Junge. Muss ich die jetzt töten? Muss glaube ich nicht, aber... Haben die Zwerge hier. Da haben die Zwerge die auch noch leben. Da haben die Zwerge mit Wegfindung Probleme. Was muss denn diese Gewalt sein? Ist das bitte? Kann man die einfach friedlich... Sache lösen? So. 50% aller Punkte gefunden. Schon mal die Klausur bestanden. Sehr gut. Was haben wir da noch? Ja, habe ich gleich gesehen, dass es hier voll tief reingeht in den Berg. Oh wow. Hallo. Was auch immer du bist. Mann mit Bart. Ah. Okay. Jetzt habe ich hier eine Tarnung mit Explosion am Schluss. Ich weiß nicht so genau, warum die Explosion, aber... Da bin ich hergekommen. Da komme ich nicht rein. Da steht mal wieder ein Wagen vor mir. Ein Wagen vor mir ist ein riesiger Haufen Gold. Wo greifen mich die Zwerge überhaupt an? Was habe ich denn getan? Äh, ach da. Ich meine, ernsthaft, was habe ich den Zwergen getan? Ich laufe hier nur entspannt rum und gucke mir den Hintergrund an. Junge. Das sieht deutlich beeindruckender aus, als wenn ich mal dort spiele. Das bin ich hier. Das ist auch nur irgendwas. Als Dekoration nehme ich an. Ist das da schon die nächste Brücke? Ja. Ne, das ist... Bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Dekoration, äh... Ja, die Zwerge muss man leider töten. Verdammte Zwerge. Was soll denn das hier? Was soll denn das hier? Ich könnte ja meinen Zauber benutzen, aber... Ich weiß nicht, am Ende kommt nur noch ein Boss und... Dann habe ich die Zauber vielleicht nicht mehr, weil... So. Wir machen das einfach. Wie echte Frauen. Mit der Axt. Frau von Welt spaltet immer noch mit Axt. Von Hand. So. Wir sollten ja mal ein bisschen was reparieren. Ist ja alles kaputt, du. Dies ist ja alles kaputt und die Musik gehört auch soweit mal raus. Okay, ähm... Gehe erstmal nach da unten. Wobei ich feststelle, dass ich nicht nach unten gehe. Sondern nach... Oben. Oben, unten. Dann verstecke ich mich unter der Treppe und finde das geheime Geheimnis. Nein. Schade. Eine Treppe. Gehe ich nach... Ach. Muss jetzt wieder in die andere Richtung gehen. So. Gehen die Säulen entlang. Lass uns vielleicht erstmal heilen. Hallo. Heilung. Schau mich an alter Mann. Ich weiß nicht, warum ich mich diese alte Mannhöhle anschaut. Schon ein bisschen unheimlich. Hier unten ist dann... Der Weg weiter. Aber ich glaube, ich möchte hier noch nicht weiter gehen. Ich glaube, die Sekrete sind weiter oben nur. Die Sekrete sind weiter oben. Warte mal kurz. Konnte man nicht auch... Leert das? Ne, okay, dann... Erinnere ich mich grad falsch. Okay, ich vergesse es. Hier wird nicht geblockt. Echte Frauen blocken nicht. So, was ist da drüben noch so? Eine Sackgasse. Wir müssen auch irgendwo Schalter für Punkte sein. Vielleicht da drüben. Vielleicht da drüben. Oh, oh. Ah. Was ist das unheimlich? Boah. Oh, Junge. Es werfen hier schon Hämmer. Hallo? Das ist bestimmt... schon was von Arbeitssicherheit gehört hier. Muss ich mich geheilt haben, du. Ja, geht mal die Treppe runter. Oh, Junge, Junge, Junge. Äh, blocken ist wohl 20... 10... Ja, das sind nur so Blocker-Noobs immer, ne? No block ist aktiv. Ich bin hier ja nicht Minecraft, hier wird nicht geblockt. Ok, wohin? Kriegt er was? Nee Das ist nur Dekoration Ich verlange meine gigantische Super Axt Das da oben habe ich Das da war Heilung und das Was war das andere? Moment das eine war Zwei Schalter Achso das ist der Baum Okay ich kriege hier nichts Ich verstehe Das ist nur Dekoration Ich verstehe Ich werde hier veraberscht Und so Aber hier müssen ja noch zwei Schalter sein Mindestens Sind da drüben noch Kaputt ist da Ah Mach mal Licht an du Mach ja auch immer Wenn die Glühbirne nicht richtig funktioniert Einfach mal ordentlich draufschlagen mit der Axt Ich mach davon die moderne Variante mit der Kettensäge Äh Oh wow Gibt es sowas? So eine moderne Variante? Wiginger mit Kettensägen? Wenn ja Wo? Oh Ich kann jetzt hier Ja ich kann hier runter Auch noch mehr Zwerge Tut das Note dass hier so viele Zwerge rumlaufen Habe ich gerade den Hammer zurückgeschlagen? Die kommen aus dem Boden? Hallo? Das sind auch keine Zwerge Das sind ja kack Maulwürfel Boah Zum Glück habe ich hier einen engen Pass Gute merken Okay man kann hier den Hammer auf jeden Fall zurückschlagen Nicht dass sie das wirklich gezielt hinbekommen würde Aber Oh hey Oh wow Seid ihr viele Habe ich da jetzt eben zurückgeschleudert ohne Schaden zu machen? Oh Junge Voll das Massaker hier Hey Die sind nicht tot Die habe ich nur bewusst ausgeschlagen Mit meiner Gigantischen scharfen Axt Ich kann auch Kombos machen Wer meint das hier ne? Aber was hilft mit dem Doppelkombo? Äh das nicht Mehr als zwei geht ja nicht oder? Außerdem muss ich ja immer ein Stück weglaufen Ich will hier nicht getroffen werden Also Ich meine das gelingt Bin ich sonderlich gut Aber Und noch mehr von euch Sag mal Was hast du heute so gemacht? Ja ich habe die Zwergenrasse ausgelöscht Mochte eh keiner Nein Ich bin sicher Ist alle nur bewusstlos Ich gehe es Ja ich bin Schöne